Ja, heute will ich dich teilhaben lassen an einer Arbeit, die mir sehr im Herzen liegt. Und der Grund für meinen Podcast heute ist, im Moment bin ich in einem Retreat. Das heißt, ich gebe selber ein Retreat, was ich einmal im Jahr und Gott sei Dank dieses Jahr vor Ort machen darf mit vielen Teilnehmern. Und in einem Retreat kommen die Menschen immer, also Retreat heißt ja Rückzug und die Menschen kommen immer an einen inneren Punkt, in dem es Bewegung fordert. Und das sind oft Momente, wo du fühlen kannst, es muss sich was bewegen. Du weißt aber nicht wie und vor allen Dingen weißt du auch nicht, in welche Richtung. Herzlich Willkommen zu deiner, meiner, zu unserer gemeinsamen Sternstunde. Ich bin Alexandra, deine Mentorin, dein Medium, deine Heilerin, Expertin für Mut. Und ich unterstütze dich auf dem Weg in dein volles Potenzial, in dem Beruf, für den du wirklich vorgesehen bist. Die Welt wartet auf dein Licht, deine Sternstunde. Schön, dass du dabei bist und bereit bist zu strahlen. Ein Teil meiner Arbeit ist die systemische Arbeit, die Aufstellungsarbeit und auch die geistige Aufstellungsarbeit, die ich schon seit 20 Jahren praktiziere. Eine Arbeit, die meines Erachtens sehr, sehr wichtig ist und die als sehr heilsamer Weg dir auch dienen kann. Wenn du meine Geschichte so ein bisschen kennst, dann weißt du auch, dass genau die Arbeit mir selber auch geholfen hat, mich unterstützt hat. Denn ohne diese Arbeit wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Und ich kann heute sagen, dass ich oder wir als Herzkanal Menschen unterstützen im Thema Erfolgreich du selbst sein. Und auch bei mir war dieser Satz mal völlig weit weg. Denn vor knapp 25 Jahren waren das für mich Fremdwörter, als würde jemand Chinesisch sprechen. Und Chinesisch sprechen in dem Sinne, ja, ich habe die Wörter aufgenommen und das kennst du vielleicht auch bei dir aus deinem Umfeld. Du nimmst Wörter auf, du hörst sie irgendwie, aber die bleiben nicht haften. Die zischen irgendwie durch dich durch. Und am Ende des Tages denkst du vielleicht auch noch, du bist zu blöd, um zu verstehen. Und im Grunde genommen fehlten die Schritte vorher, dass der Raum erschaffen wird, dass die Wörter auch als Energie in dein Herz fließen können. Und bei mir war es eben so, ich erzähle es nochmal kurz für die, die meine Geschichte noch nicht so kennen oder die jetzt zufällig hier in dem Podcast das erste Mal landen. Bei mir war es so, mein Leben verlief nicht so geradlinig, wie ich mir das in meinem Inneren vorgenommen hatte. Also, ich kenne Angst um Panikattacken sehr, sehr gut. Die kamen wie angeflogen. Und immer, wenn du eine Panikattacke überlebt hast, ich glaube, die, die betroffen sind, wissen, was damit gemeint ist. Das heißt, dann denkt man so kurz nach der Panikattacke, ah, jetzt hast du es. Und eigentlich brauchst du gar nicht mehr so viel Angst davor zu haben, denn da kommst du schon durch und das geht schon irgendwie. Und dann kommt wie aus heiterem Himmel die nächste Panikattacke an und du stehst genau wieder an der gleichen Stelle und denkst, meine Güte, was soll ich tun, was soll ich machen? Und so ging es mir eben auch und mir ging es immer dann so, das habe ich aber erst viel, viel später festgestellt, als ich an bestimmten Entwicklungsstufen oder an bestimmten Entwicklungsschritten stand, wo ich vielleicht auch so ein bisschen gerne mal weggeguckt habe oder vielleicht gerne mal schön geredet habe. Immer dann kamen Angstattacken und ja, es gab Auslöser für die Angstattacken. Also es gibt in meiner Familie sehr, sehr viele Turbulenzen. Das wusste ich aber damals in der Form auch noch nicht. Je mehr und intensiver und tiefer ich gearbeitet habe, umso mehr ist dann auch im Außen wirklich aufgeploppt und vieles hat sich als Wahrheit bestätigt. Was ich vielleicht vorher auch ganz gerne weggedrückt habe. Dann habe ich Mobbing-Geschichten erlebt, die auch sehr, sehr kurios waren. Ja, ich kann sagen, ohne diese Mobbing-Geschichten wäre ich auch nicht hier gelandet. Das hat oft immer so ein, ja, das ist in Ordnung, dass es passiert ist. Nein, das war nicht in Ordnung, wie es passiert ist. Du lernst nur, wenn du den Weg der Heilung auch betrittst, dass das Gefühl sich dazu verändert. Und das heißt, du kannst dann schon sagen, okay, das ist okay so. Das heißt aber nicht, dass du mit den betroffenen Personen wieder in Kontakt treten musst oder da was machen musst. Also klar, deine Situation sagt immer etwas über dich, über deinen Weg, wo du gerade stehst und was du annimmst. Und anhand der Astrologie habe ich dann auch erfahren, dass jede Stelle, wo ich stand, wo etwas Markantes passiert ist, auch die Planetenkonstellation sich total verändert hat. Und jetzt kannst du sagen, naja, wenn du die Planetenkonstellation ja vorher kennst, dann kannst du ja achtsamer sein. Aber das hat natürlich auch so ein bisschen was. Dir die Erfahrungen nehmen oder du kannst das nutzen, um bewusster mit den Erfahrungen umzugehen. Also zu wissen, was ist, heißt nicht, dass du in der Situation, wenn du darin steckst, entsprechend reagierst. Und das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass immer dann, wenn du dir dein Leben voraussagen lassen willst oder wenn du hören willst, dass alles gut wird, dass das einfach so eine kleine geistige Umarmung ist. Wir sind bei dir, es wird alles gut. Das heißt aber, du lebst und erlebst und fühlst deine Schritte dennoch. Es sei denn, du hast dich komplett abgeschnitten von dir selbst, weil es ein Schutzmechanismus ist. Das sind alles Themen, über die ich gerne mit dir reden will, weil ich sie unfassbar wichtig finde, auch für dein Leben. Wenn du den Weg beschreitest und von welchem Weg spreche ich, ist es der Weg der Liebe, ist es der Weg der Heilung, ist es der Weg der Erleuchtung? Was heißt Erleuchtung? Erleuchtung ist ja praktisch die Reise vom Kopf zum Herzen. Denn wir meinen ja nicht die Erleuchtung, die der Kopf jetzt denkt, dass wir irgendwann so da stehen als Lichtwesen und leuchten im Leben. Und uns passiert nichts mehr. Und mit passieren meine ich einfach, Erlebnisse zu haben. Ja, wir sind Lichtwesen und unsere Aufgabe ist zu leuchten und zu strahlen. Und dazu gehört es eben auch, in die dunklen Punkte zu schauen, in die Schattenthemen zu schauen. Und da ist eine meiner Formen wirklich die mediale Aufstellung und die astrologische Potenzialaufstellung, damit du schauen kannst, wie findest du auch Verbindung und vor allen Dingen Heilung. Denn wenn wir eine Potenzialanalyse machen, das ist auch eine Erfahrung, die wir machen, dann können wir dir all dein Potenzial sagen, was du mit auf die Erde gebracht hast. In den meisten Fällen ist es so, dass Menschen sagen, ah ja, das kenne ich, das habe ich früher gemacht und bin aber dann vom Weg abgekommen. Und dann ist es so, dass Menschen überhaupt nichts damit anfangen können, weil ihnen vielleicht die Verbindung fehlt dazu und die Verbindung zu der Energie fehlt. Und dann darf es ja einen Weg geben, wie du Schritt für Schritt die Verbindung auch fühlen kannst und wie du sie in deinem Feld, in dein Energiefeld oder vielleicht in dein Quantenfeld oder in dein morphogenetisches Feld integrieren kannst. Und deshalb liebe ich die Form der Arbeit so sehr, weil ich einfach auch sehe, wie Intensivveränderungen stattfinden. Jetzt kann es sein, dass du Aufstellungsarbeit kennst oder es kann sein, du kennst die Arbeit noch nicht. Dann will ich sie dir erklären. Denn viele Menschen sagen ja auch, ich habe Probleme in einer Gruppe. Das kann ich so ein bisschen nachvollziehen, denn wenn du in eine Gruppe kommst, dann hast du ja meistens ein Problem. Es sei denn, du bist in einer Gruppe, wo nur getanzt wird, wo es nicht in die Tiefe geht, dann kann man das noch ein bisschen besser. Es ist aber so, wenn du vielleicht als Mensch ein Problem hast und du hast so die Sorge, dass du dich vor einer Gruppe blankziehen musst. Ich sage das mal so, emotional blankziehen musst, dann kann vielleicht ein Schamgefühl aufkommen oder ein Schuldgefühl. Ich würde mal sagen, das ist etwas Normales, wenn du so vor dem ersten Mal stehst. Ich drücke das bewusst so auch aus. Und darüber möchte ich dir ein bisschen erzählen, damit du auch wirklich Mut bekommst, diese Arbeit für dich in Anspruch zu nehmen, damit du dich bewegen kannst in dir. Denn wir erleben bei Herzkanal so viele Menschen, die schon so lange um die gleichen Themen rumkreisen und wo es sich überhaupt gar nicht weiter bewegt. Du hast vielleicht im Podcast auch hier schon mal Kundenstimmen von mir gehört, wo die Kunden gesagt haben, sie lassen sich schon von mir viele Jahre begleiten. Und dann gibt es immer wieder Kundenstimmen, die sagen oder die denken oder das Ego denkt vielleicht auch von dir manchmal. Ah ja, so lange machen die das schon, so lange gehen die da hin. Und dann kommt immer sofort der erste Gedanke, wenn du was lange machst, dann hilft es nicht. Es kann aber ja auch sein, also es ist ja genauso, als würdest du denken, naja, du atmest auch dein ganzes Leben lang und das machst du auch regelmäßig. Und im Grunde genommen ist es so, dass du ja auch darauf achtest, was du einatmest, energetisch oder auch so im Leben. Und das machst du auch die ganze Zeit, dein ganzes Leben lang. Das heißt aber nicht, dass es schlecht ist. Das ist schon mal der erste Punkt für dich, den du so mitnehmen kannst. Also nicht, wenn du was lange machst, dann hilft es nicht, sondern wenn du was lange und regelmäßig machst und umsetzt, dann bringt es dir auch etwas, nämlich Veränderung in dir. Und wenn du eine Person hast, der du vertraust und wo die Positionen und die Ordnungen klar sind, dann kannst du da unfassbar viel erreichen. Wer hört das nicht gerne? Dein Ego, weil dein Ego ist manchmal so ein klugscheißer Ding, was besser wissen will oder anders wissen will. Da geht es in der Arbeit gar nicht drum. Es geht einfach darum, dass du in deiner Ordnung an deinen Platz kommst, was gerade gut und richtig für dich ist, damit du Verbindungen zu deinem Potenzial aufnehmen kannst, damit du klar bist und damit du auch deine Schritte richtig und klar umsetzen kannst. Ich weiß, das war jetzt bis hierhin schon sehr viel, aber auch wenn ich manche Podcasts aufnehme, dann wirst du hören, dass es durch mich spricht und es rattert dann raus aus mir, weil wirklich mein geistiges Team auch da ist. Und ich darf das in Stimme in Ausdruck bringen, auch für dich, damit dein Kopf, der ja eh immer verstehen will, versteht. Ja, ich komme wieder zurück auf die Aufstellungsarbeit. Die Aufstellungsarbeit findet Gott sei Dank bei immer mehr Menschen Anklang und es erreicht immer mehr die Herzen der Menschen. Du hast vielleicht schon von verschiedenen Aufstellungsformen gehört, Organisationsaufstellung, Systemaufstellung, Familienaufstellung, Symptomaufstellung, Astrologische Aufstellung oder die Systemisch-Astrologische Potenzialaufstellung. Und die Arbeit ist eben privat und auch beruflich sehr hilfreich, um auch Beziehungen in einem System zu erkennen, zu verändern und zu heilen. Das ist eben sehr, sehr wichtig für dich zu wissen, dass es so etwas gibt. Die Arbeit ist vielleicht für die Köpfe schwer zu erklären. Und es gibt ja manche Sachen, die du auch schwer erklären kannst, weil es ja ein Gefühl ist. Der Kopf will immer erklären, dein Herz, dein System will fühlen und manchmal hapert es da so ein bisschen im Ausdruck. Ich versuche dir aber trotzdem ein bisschen zu erklären, denn das Phänomen der Aufstellungsarbeiten ist die Wahrnehmung. Du kannst dir das so vorstellen, du als Klient oder Kunde suchst dir einen Stellvertreter aus für etwas und stellst es auf im Raum. Ich finde immer ganz gut und das kennen viele Klienten, die bei mir sind, dass ich oft still aufstelle, weil die geistige Welt, also mein geistiges Team leitet mich durch die Aufstellungsarbeiten und so stelle ich still auf. Warum tue ich das in manchen Fällen? Einfach deshalb, damit der Kopf nicht so gefüttert wird. Denn, vielleicht hast du es schon erlebt oder noch nicht, gilt ja dann auch immer rauszufiltern, was trifft denn eigentlich auf den, der aufstellt zu? Oder wie ist der Stellvertretende in seiner Rolle gerade wirklich gefangen? Und das ist immer so, eine Stellvertreterposition bekommst du nie umsonst. Es hat immer etwas mit dir zu tun und das ist ein ganz, ganz kostbares Geschenk, weil du immer direkt auch in deinem System arbeitest. Es gibt viele Aufsteller, die arbeiten mit Aufstellern und Stellvertretern. In meiner Arbeit ist das so, jeder ist ein Aufsteller, also jeder stellt auf, in jedem System wird gearbeitet. Und ich mag es nicht sonderlich, wenn jemand als Stellvertreter kommt, wenn er einfach mal gucken will, was denn da so passiert. Da du als Stellvertreter eh auch an deinen Themen arbeitest, finde ich es immer super, wenn du das meiste auch mitnehmen kannst an Arbeit für dich. Und dann finde ich es eben auch klasse, wenn dir bewusst ist, du kommst und du sitzt im Herzkanal-Universum und wir sitzen in einem Feld, in dem du schon gut arbeiten kannst. Wenn du meine Energie und meine Arbeit kennenlernen willst, dann sage ich immer als Tipp, besuch meine Seminare oder komm gerne in unseren Herzkanal About Me Akademie. Da wirst du meine Energie auch schon gut fühlen können und dann kannst du dich so ein bisschen rantasten. Also, jetzt aber wieder zurück zu der Aufstellungsarbeit. Es ist so, dass wenn du in dem Feld bist, dazu sage ich gleich noch ein bisschen, dann kennst du vielleicht die Person nicht, du kennst auch die Gefühle und die Themen der anderen Personen nicht. Dennoch stehst du da und bist fremd, aber bist in einer Rolle und vertrittst. Vielleicht ein Gefühl, ein Thema. Das Phänomen dabei ist wirklich, dass die Stellvertreter Gefühle wahrnehmen, die gar nicht zu ihnen selbst gehören, sondern zu der Person gehören, die stellvertretend stehen. Und oft hat es immer was mit einem selber zu tun, aber da gilt halt auch zu schauen. Die Personen, die Aufstellungen leiten, haben eine sehr verantwortungsvolle Position und es ist toll, wenn die einen Durchblick haben, dass sie immer schauen können, was gehört zum Stellvertreter und was gehört zu der Person, die aufstellt. Warum ist das aber so? Warum können plötzlich fremde Menschen Wahrnehmung haben, die sie im normalen Leben überhaupt gar nicht wahrnehmen? Das ist was, was bei vielen auf Unverständnis stößt und wo auch der innere Zweifler echt tobt. Du kannst es, glaube ich, erst richtig nachvollziehen, wenn du es selber erlebt hast und wenn du zum ersten Mal in einer Stellvertreterrolle gestanden hast und diese Gefühle, auch die Fremdgefühle am eigenen Leib erlebt hast. Denn du hast hier die Möglichkeit, ja eine völlig neue Dimension deiner Wahrnehmung auch kennenzulernen. Und du hast vielleicht schon mal gehört in verschiedenen Lehren oder wenn du Naturwissenschaftlern zuhörst oder der Biologe, jetzt fällt mir der Name nicht ein, denn Sheldrake spricht vom morphogenetischen Feld, all diese Menschen sprechen ja schon von diesem Phänomen und auch die Quantenphysiker sprechen auch von dem Quantenfeld. Das ist jetzt nichts Fremdes, aber es kann sein, dass es dir fremd ist. Also, das heißt, du verfügst über eine gewisse Art von Gedächtnis, was unabhängig von Zeit und Raum ist. Ja, jetzt überlegst du vielleicht und diese Felder sind überall zu finden in der Natur und auch um dich herum. Dein Denken und deine Wahrnehmung sind hier auf der Erde teils sehr eingeschränkt und du kannst nur das wahrnehmen, was du aus deiner eigenen Erfahrung kennst oder was auch in deinem Feld ist. Und wenn du zum Beispiel während einer Meditation deine Gedanken beobachtest, ist das vielleicht auch immer wieder dasselbe und deine Gedanken kreisen immer wieder um dasselbe. Und es geht aber ja darum, dass sich neue Türen öffnen dürfen in dir. Und deshalb ist es so wichtig, dass du auch neue Felder erarbeiten und kennenlernen darfst in dir. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein Podcast, der sehr, sehr viel erklärt für dich. Vielleicht bist du froh, wenn du Klarheit darüber hast, wenn du eine Erklärung findest. Vielleicht findest du das aber auch unfassbar langweilig und der Podcast steht zu einem späteren Zeitpunkt an für dich. In Aufstellungsarbeiten geht es ja meistens um ein Problem, um Schicksalsschläge, um Symptome. Und je nachdem, wer wie aufstellt, hat er sich auch spezialisiert auf eine Form der Aufstellungsart. Das heißt, du kannst mit dieser Arbeit unfassbar viele neue Erfahrungen machen und vor allen Dingen kannst du wieder Verbindung herstellen zu dem Teil in dir, der einfach abgeschnitten ist. Ich lasse das mal so stehen, weil du kannst dich in mehreren Teilen abschneiden in dir. Du kannst dich durch Trauer abschneiden vom Leben, von deiner Lebensfreude und oft kannst du es ja gar nicht so kontrollieren. Das geschieht einfach und irgendwann merkst du es vielleicht, dass du gar nicht mehr so lebst, wie du das mal getan hast. Und dann braucht es ja Heilung und Verbinden. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass wenn du hörst, dass ich sage, lass uns gemeinsam strahlen. Und ich weiß natürlich, dass viele Menschen von ihrem Strahlen abgeschnitten sind. Und wieder in Einklang zu kommen mit dir, mit deinem System ist unfassbare Heilung, wenn du alles wieder integrierst und vor allen Dingen, wenn du dein Herz öffnest für die Liebe. Und das ist ein Part, das Herz zu öffnen, überhaupt für die Liebe, die Türe wieder zu öffnen in all dem. Das finde ich sehr, sehr hilfreich für dich. Also geht es einfach darum, Liebe auch zulassen zu können. Und Freude und Leid, Liebe und Leid gehören in bestimmten Aspekten zusammen. Und manchmal ist es so, wenn du das Leid nicht willst und dein Herz verschließt, dann ist es auch so, dass die Liebe oft nicht fließen kann. Und wenn es dann darum geht, das Leid auch anzunehmen und hinzuschauen und vor allen Dingen Heilung fließen zu lassen. Und das ist was, wo die geistige Welt mir sehr zur Seite steht in den Aufstellungsarbeiten, dass wirklich Heilung fließt in die Themenbereiche. Und oft ist es so, und das sind die Momente, wo mir die Kunden oft sagen, naja, zu wissen, etwas anzunehmen und wie geht das, das ist ein schwieriger Schritt. Und eben da, finde ich, hilft die Aufstellungsarbeit unfassbar. Und egal, wenn du jetzt selber aufstellst und aufstellst, wenn du Aufstellungen leitest, finde ich super, super toll. Jeder stellt halt unterschiedlich auf. Es kann sein, dass du eine andere Meinung hast und es anders tust. Und das ist auch super klasse, denn das, was in deinem Feld sich für dich richtig anfühlt, ist auch richtig. Deshalb erzähle ich jetzt einfach nur ein bisschen aus meiner Erfahrung. Also, dein Herz zu öffnen und fließen zu lassen, das ist das, was den meisten Menschen auch schwer fällt. Und da, finde ich, ist Heilung und Öffnung etwas ganz Kostbares. Wenn du jetzt sagst, naja, ich tue das auch in meiner Arbeit ohne Aufstellungsarbeit, dann finde ich das auch mega klasse. Deshalb muss ich hier nochmal betonen, ich erzähle hier von meiner Arbeit und wenn du das Gleiche tust in einer anderen Form, finde ich das einfach total klasse, weil die Menschen brauchen das. Und deshalb sind wir so viele unterschiedliche Lichtwesen, die unterschiedlich arbeiten, damit alle Menschen schauen können, mit wem sie in Resonanz gehen und wo sie sich gut fühlen und wo halt auch die Energie fließt, ja, die gebraucht wird im System. Ja, und jetzt kommt wahrscheinlich die Frage auf in dir, ist das Problem dann direkt gelöst? Also, das ist ungefähr so, als würdest du, ich habe gerade etwas weggeschnitten bekommen am Bein, was da nicht hingehörte. Und ja, wie das dann halt frisch operiert war, hat mir das sehr wehgetan. Ich musste mein Bein hochlegen. Ich habe Anleitungen bekommen, wie ich das pflegen musste und durfte mein Bein gar nicht so belasten, was ich echt schon das ein oder andere Mal dann auch wirklich verpennt habe. Und immer dann, wenn es geschmerzt hat, habe ich so, ja, ich sollte ja das Bein ein bisschen schonen. Also siehst du halt, dass du halt, wenn du Sachen gewohnt bist, die immer wieder machst und um dich umzugewöhnen, braucht es eine andere Aufmerksamkeit. Das heißt, das Problem ist behoben worden, aber die Wundheilung an meinem Bein, die hat einfach ein bisschen gedauert und da ist jetzt auch schon länger immer ein Pflaster drauf. Und genau so, deshalb erkläre ich dir das, ist das in deinem System auch. Also es kann einmal sein, dass blitzartig wirklich das Problem gelöst ist und manchmal braucht es ein bisschen. In der Regel ist es aber so, dass die ganze Aufstellung, die gemacht wird, ist wie eine Öffnung für dich. Ich rede immer von Toren und oft ist es auch so, dass die Klienten, die Seelen das Gefühl haben, sie gehen durch das nächste Tor in den nächsten Schritt hinein. Und oft im Außen kenne ich aus Erzählungen, dass die lieben Seelen dann erzählen, es war genau wie in der Aufstellung, Alexandra. Und das ist immer was ganz, ganz Schönes. Also es gibt beides und jeder nimmt die Heilung auch in seiner Form wahr und in allen Themen. Also in der Aufstellungsarbeit ist es schon so, dass sich das zeigt, was ansteht und das ist unfassbar kostbar. Ich kann halt nicht für alle Aufstellungen sprechen, deshalb betone ich immer wieder in dem Podcast, ich spreche von meiner Arbeit. Und kann es sein, fragen auch immer viele, dass es zu keiner Lösung kommt. Also gerade wenn es auch um die Paare geht, um Paararbeit, beinhaltet das natürlich danach auch, dass beide Paare ihre Schritte gehen. Du kannst nicht denken, okay, da kommt mir jetzt ein Beispiel, du willst halt einen Kuchen backen und du manifestierst das Kuchen backen. Du musst aber auch, bevor du einen Kuchen backst, einkaufen gehen, die Zutaten, du musst schauen, dass du die Gefäße da hast für den entsprechenden Kuchen. Der Kuchen muss gebacken werden und auch wenn du jetzt lachst über das Beispiel, aber in Partnerschaft ist es so, dass du natürlich kommunizieren musst, in der Liebe bleiben musst. Als Paar titschst du dich ja sowieso an und dass jedes Paar, Mann, Frau oder Frau, Frau, Mann, Mann, das ist ganz gleich, dein Gegenüber auch in seine Schritte kommen muss. Weil ansonsten geht es immer wieder in das gleiche Paarmuster. Also manchmal tritt es nicht so ein, wie du das willst, aber das kennen wir aus dem Leben und dann ist das einfach so, dass man schauen darf, okay, wie war deine Erwartung, was hast du getan? Denn es ist immer so, deine Seele führt in der Arbeit, ich führe nicht, deine Seele gibt den Ton an und das finde ich eben auch ganz, ganz wichtig, dass die Art der Manipulation, die auch entstehen könnte, Liebe manipuliert nicht, Liebe lässt fließen und Liebe hat eine unfassbare Macht. Also, ich glaube auch nicht, wenn Menschen denken, dass Aufstellungen umsonst waren, dass sie umsonst waren, also es passiert immer etwas, da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass es im Inneren immer weiter geht, aber manchmal hackt auch der Kopf extrem dazwischen. Und das ist halt auch was, was ich sehr, sehr gerne mache, der Schatten, dein Kopf, wir brauchen den Kopf, aber manchmal quatscht er einfach da rein, wo er echt mal gut ruhig sein müsste. Wenn er es aber nicht kann, dann darf es ja auch da einen Teil finden in der Arbeit, dass er ruhiger werden kann. Ja, dann, was ich auch gefragt werde oft, gibt es falsche Lösungen. Also, Aufstellungsarbeiten sind kein Bühnenspiel, wo es um Spaß geht. Und deshalb gibt es bei vielen Aufstellern auch den Ausdruck Statisten. Ich finde, du bist ein Mensch, der in eine energetische Arbeit eintritt, was völlig ernst ist, weil es geht um dein Leben und auch um das Leben, um deine Lebensbühne. Und es geht um die Bewegung deiner Seele und von daher gilt es natürlich für den, der die Aufstellung leitet, der hat schon auch eine große Verantwortung. Und es bedarf sehr, sehr viel Achtsamkeit und Liebe, also Liebe für den Klienten, Liebe für das System, Liebe für das Universum, also Liebe, die fließen darf in alle Bereiche, Liebe in das große Ganze, Liebe, was herausragt in alles und alles mit einbindet. Und die Liebe auch zu wissen, dass jeder, wirklich jeder Mensch alles zur Verfügung hat und dass es verankert werden kann im eigenen Feld. Also, für mich hat das Ganze wirklich mit Achtsamkeit, mit gegenseitiger Wertschätzung zu tun, Achtsamkeit für den Moment. Und es geht in dieser Arbeit darum, auch, dass das Feld gehalten wird. Es wird gehalten, das energetische Feld, damit darin auch Heilung und die Lösung einfließen kann. Ja, wer mich kennt in der Arbeit, weiß, dass ich nicht eher aufhöre, bis ich auch aus der geistigen Welt ein Okay kriege, ein Okay, dass das getan ist, was getan werden kann zu dem Moment. Und das ist meine Form der Aufstellungsarbeit. Ja, eine Aufstellung geht sehr in die Tiefe und kann wirklich auch verschüttete Gefühle an die Oberfläche bringen. Und für mich gehört zu der Aufstellungsarbeit eine Betreuung auch danach. Ich spreche das immer wieder an, dass die Betreuung sehr, sehr wichtig ist, weil es emotional aufwühlend sein kann. Und dass es auch so ein Zwiebelsystem ist, dass Stück für Stück etwas freigelegt wird. Und da der Kopf immer verstehen will, ist es super, wenn du dich immer an den Aufsteller wendest und auch fragst, was jetzt gerade ist, was Sache ist. Oder eine kurze, kleine Erklärung tut auch gut. Ich kenne aber auch die Menschen, die überhaupt, die dann rausgehen aus der Aufstellung und im Tag, im Alltag so gestresst sind und dann ganz vergessen, die Aufmerksamkeit darauf zu legen. Du wirst jetzt vielleicht lachen und denken, wie kann man das vergessen? In der Tat begegnet mir das sehr, sehr oft und das Angebot von meiner Seite aus ist immer da, nachzufragen und auch weiter, weiter zu gehen. Ich frage zum Beispiel auch in der geistigen Welt immer ab, ob es ansteht und natürlich nehme ich die Astrologie als Werkzeug dazu und schaue, was kann verankert werden, was steht an und was kann gerade gut fließen. Und deshalb habe ich meine Form der Aufstellungsarbeit, Astrologische Potenzialaufstellung genannt, weil es beinhaltet alles, die Felder, die du brauchst, um in deine Kraft zu kommen, um in deine Liebe zu finden. Und ja, das war mir heute ein Bedürfnis, mit dir darüber zu reden. Und jetzt kann ich sagen, es ist alles raus und wenn du noch Fragen hast, frag mich gerne. Es werden in nächster Zeit auch Aufstellungsarbeiten für, also ganz speziell für Paare stattfinden. Wir kennen das aus eigener Erfahrung, Armin und ich, wie wichtig die Arbeit an sich ist und wie wichtig das ist, wenn du als Paar dir deine Themen anschaust und als Paar auch immer weißt, was du tun kannst, was du tun kannst oder wenn es Themen und Probleme gibt, dass du immer weißt auch, wo kommt es her und wie kannst du als Paar harmonisch miteinander schwingen, obwohl beide mit unterschiedlichen Themen befasst sind. Und dann liegt mir sehr am Herzen die Aufstellungsarbeit mit den Kindern, also ja, auch mit dem inneren Kind, aber auch wirklich mit den Kindern. Die Zeit, die wir gerade haben, rüttelt nicht nur an den Erwachsenen, sondern auch an den Kinderseelen. Und in der nächsten Zeit, du wirst die Termine auf meiner Homepage erfahren, auf unserer Homepage erfahren, gibt es Aufstellungen mit Eltern und Kind. Und jedes Elternteil darf dann ein Kind mitbringen. Und dann arbeiten wir, dass auch die Kinder die Möglichkeit haben, wieder in ihr Kraftfeld einzutreten. Und dass wir hier auch schauen können, wie ist denn die Beziehung, das Verhältnis Eltern-Kind, was darf da heilen, was darf getan werden. Weil das aus der Erfahrung heraus so ist, viele Eltern sprechen uns an. Und ja, deshalb ist das eine neue Arbeit, die ansteht, auf die ich mich auch sehr, sehr freue. Ja, das war's jetzt. Und ich freue mich, wenn ich dir ein bisschen Aufklärung geben konnte. Wenn du mich kennenlernen willst und wenn du auch meine Energie kennenlernen willst, dann ist wirklich die Herzkanal About Me Akademie etwas für dich, wo immer ganz, ganz viel stattfindet. Also Armin und ich, wir gehen meistens sonntags live. Du kannst uns viele Fragen stellen. Wir reden über ein Thema. Wir geben dir viel Input auch mit. Du bekommst hier immer einen astrologischen Monatsfokus. Du bekommst, wenn du neu reinkommst, auch eine kleine Analyse von uns mit einer Beschreibung, wie du diese auswerten kannst für dich. Ich, Alexandra, mache einmal im Monat einen Heilabend. Das heißt, du kannst mit in den Raum kommen, in den Zoom-Raum. Das findet über Zoom statt. Und ich sende Heilung in dein Feld. Du darfst mir auch vorher schreiben. Wenn etwas Bestimmtes ist, was du nicht in der Gruppe ansprechen willst, dann kann ich da einfach drauf schauen. Es gibt Kartensets, die du ziehen kannst. Es gibt Audiodateien, zum Beispiel auch über ätherische Öle. Welche ätherische Öle bei welchem Tierkreiszeichen ansprechen? Was kannst du da nehmen und nutzen? Du hast eine unfassbare Bibliothek an Meditationen zu bestimmten Themen. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch was vergessen habe. Also hier hast du Alexandra und Armin auch live. Das ist unser Fitnessstudio für die Seele, für Geist und Seele. Und wir freuen uns auf dich. Den Link findest du in den Shownotes. Das ist was Gutes, um dran zu bleiben und auch, um uns kennenzulernen, unsere Energie kennenzulernen. Und ja, wir freuen uns auf dich. Und jetzt sage ich, bis bald, bis nächste Woche. Lass uns gemeinsam strahlen. Love and Lux, L-U-G-S, deine Alexandra. Tschüss. Du bist bereit, in dein volles Potenzial zu gehen und möchtest regelmäßige Anregungen? Dann trage dich auf www.herzkanal.com kostenlos in unseren Montagsimpuls ein und erhalte exklusive Inhalte. Möchtest du deinen Entfaltungsprozess aktiv und positiv gestalten? Dann nutze ein kostenloses Erstgespräch oder treffe Gleichgesinnte in unserer Facebook-Community. Alle Links findest du in den Shownotes. Finde jetzt zu deinem hellsten Strahlen. Finde zu dir, zu deiner Sternstunde. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!